Ja, Hallöchen, da bin ich wieder, wieder mit C-Champals Adventure Map und gerade mal schauen, das verwirrt mich gerade, ach, ist noch gar nicht drinnen. Ich, ähm, ich meine den Atmos-Mod, der so Geräusche macht, das ganze Zeug, ich sollte vielleicht mein Schwert nicht kaputt machen. Ich gehe nochmal runter, während ich, was liegt denn da rum, ach, ein Schild, habe ich die Kessier. Ja, hier wähnt ich hier nochmal, weil ich habe ein paar Kommentare dazu bekommen, dass ich hier, wo ist ein Werkbank, oh ja, dass ich hier raus ja einen Helm machen könnte. Also für die Kommentare bedanke ich mich erstmal, so jetzt habe ich auch ein Lila-Helmchen auf. Dann, ähm, was ich noch sagen muss, ist, dass ich jetzt in, also ich weiß nicht, wie es ist, soll ich die, vielleicht nehme ich eher Pfeile mit, aber Setzlinge brauche ich, wenn ich die vergesse, ist blöd. Drei Flint, komm, damit könnte ich mir eigentlich neue Pfeile machen, dann, äh, ach, wer braucht schon drei Keys. So, weiter geht's, oder? Habe ich jetzt was vergessen, was wichtig ist? Nee, ja, da haben wir ja genug Spitzhacke, da habe ich neue, da ist alles okay, jetzt rüber. Ach, was ich sagen wollte, jetzt, ich werde in nächster Zeit eher mehr Jumper aufnehmen, wenn ihr es wollt, wenn ihr es unbedingt nicht wollt, dann werde ich auch Let's Play aufnehmen, aber Seed Jumper will ich vor allem aufnehmen, weil ich, boah, wenn ich jetzt da, oh. Hol ich mir gleich mal die Kiste, wenn ich es schaffe. Weil ich vor allem auf die, für die neue Version, auf die 1.3 warten will, für die Aufnahme, weil ich ja ein bisschen rumlaufen will, ein bisschen Gegend erkunden. Oh, Redstone Lampe, vielleicht ist das ja schön. Wenn wir jetzt runterkommen, so wieder. Ne, will ich machen und deswegen nehme ich da jetzt nicht, also eigentlich nicht so viel, gar nichts auf, um einfach zu warten, bis sie rauskommt. Und so lange werde ich halt die Jumper aufnehmen. Jetzt sind zwei Folgen, sind, was steht denn da für ein Ding rum? Sind zwei Folgen... Ach, da unten auch noch. Oh, komplett vergessen. Ach nee, die habe ich ja. Aber die hier, da könnte ich mich jetzt ärgern. Wisst ihr was? Weil ich mich jetzt so ärgere, werde ich mal das dann machen, das da machen und einfach schnell rüberfliegen. Ich werde nichts nehmen, ich will einfach bloß wissen, was drin war Ach, zwei Knochen sind nicht so wertvoll Damit ich mich einfach nicht so ärgern muss Wenn's was Damit ich weiß, dass es nicht so wertvoll ist Zwei Knochen, mir braucht schon zwei Knochen Echt, ja, aufmachen Niemand hat was gesehen Okay, ich hoffe auf jeden Fall Wie sieht die Sonne aus, das passt euch Dass ich da jetzt mal Kein Let's Play aufnehmen werde Sondern nur Ach ja, da hab ich ja keine Ach ne, vielleicht Einfach mal da hinstellen Sondern nur Einfach Seed Jumper Auch mal ein bisschen abwechseln, komme ich hier auch mal ein bisschen schneller weiter Und dann passt das schon Finde ich Oh, kommt jetzt keine Musik Musik Ach, die ist einfach so leise Nein 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 Boah, ich muss da mal ausmisten Ja, das andere hätte mir jetzt gefallen Aber war nur zehn Sekunden lang Ach, ich nehm jetzt einfach das Komm Fast zwar nicht so ungefähr Zum Tag, aber Bisschen gute Laune Musik kann ja nicht schaden You left at Island 5 Äh Hä, kann ich nicht mal lesen Irgendwas mit Difficulty So, hier einfach mal die Schilder weghauen Was ist denn das da? Ach, die Originalmusik Mein Kost Originalmusik Yeah So, einfach mal hier ein schönes, schön großzügiges Haus hinklatschen Vielleicht hier Erstmal Kiste, Kiste Da kann ich hier mal einfach alles reinlegen Was ich grad nicht brauch So, 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 so Und jetzt ich weiß Ich hab grad alles reingelegt Aber ich hol ja den Rest wieder raus Feuerzeug nehm ich einfach mal mit Äh, Setzlinge brauch ich auch Mir wurde auch geraten Lava einmal zu holen Ich glaub auf der Insel ist sogar Lava Werde ich auch machen Bedanke ich mich natürlich auch Also nicht nur für den Kommentar Sondern für alle Dann hier nochmal Dann das da Und Holz Holz, 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 Holz Erstmal hier und Hier Und dann nicht mal mehr für ne Axt reicht's Oh, erbärmlich hier Entschuldigung Sollen wir ja eigentlich im Let's Play nicht machen Aber Weiß nicht Ich werd jetzt auch nicht so viel aufnehmen Weil wie ihr es merkt ein bisschen Das schaff auch nur ich Also jetzt hab ich Schleim im Hals Hab ich Geht schon seit Wochen eigentlich Und was noch Und auch leicht schnupfen Kann man jetzt nicht sagen Also ganz leicht schnupfen Das schaff aber auch nur ich Schnupfen Den ganzen Winter über bin ich gesund Ach nee Lauter Spawn Das kann ja was werden Den ganzen Winter über bin ich gesund Vielleicht ein, zwei Tage mal krank Und dann kommt der Sommer Werde krieg ich schnupfen Das schaff auch nur ich Aber naja Oh, nur so drei Wochen bis zu den Sommerferien Also ernsthaft Die drei Wochen könnten sie uns eigentlich auch ersparen Weil wir eh nix mehr machen Neun Wochen Sommerferien Das wär's doch mal Das wär's wirklich mal So ich laber jetzt hier lauter Schrott Damit ich hier mal Ein bisschen was zusammen bekomme So hier Ah passt doch genau Nein Ah Na 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 Schaufel Jetzt werden wir hier mal irgendwo Erde schaufeln Bis mal hier So da vorne ist Haus aufgeschlagen Ich kann auch schon mal ein bisschen weiter gehen Oh toll Zwar Skelette Ich will nicht unbedingt sterben Ich bleib erstmal weg So hier ein bisschen Erde abbauen Jetzt bei etwas friedlicherer Musik Ich weiß Oh Kiste Ich weiß grad nicht ob ich die Minecraft Games halt ein bisschen zu leise hab Weil ich selber hör grad gar nix Also fast gar nix Ne passt eigentlich Die Musik ist so leise Dann So hier ich Ah Wow Diese Super brauchbaren Dinge Überraschen mich schon immer So Ich will jetzt nicht nur ich Es fällt mir grad ein Ist mir grad aufgefallen Da oben gibt's noch eine Schafe Also ich hab's ja nicht schon mal gespielt Für jeden der sich jetzt fragt Woher ich das weiß Ich hab mir einfach Let's Play von Con Crafter Und von Shuffle LP Angeschaut Und bin so zu diesem Und noch Es ist sogar noch ein paar andere Also ich schau mir Von ganz vielen Das Zeug ist eigentlich an Und ja So weiß ich Dass es hier Schafe gibt Los Spawn mal was Los 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 Ich dann wohl hier schon mal Eisen Los Es wird gleich dunkel Ich brauch Schafe Alter jetzt Ah So Es wird gleich dunkel Weil ich mal Oh Kiste Oh und Melonen 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 Schöne Melonen Hier Ach ich freu mich auch schon so Auf die 1.3 Auf die tolle Version Da soll's ja so viel Neues geben Aber es dauert noch so lang Wir auch bis 1.1. August Ach Aber da hab ich doppelt Möglichkeiten Mich auf den 1. August zu freuen Erstens weil da der Schulschluss ist Ferienbeginn Zweitens weil dann Die 1.3 rauskommen soll Aber so wie es Bisher war Verzögert sich das eh Noch um Ein paar Tage So Boah toll Jetzt gammelt da unten So ein Viech rum Oh Gold Was ist hier Ist mein Decke Das Also es ist schon Unterschied zwischen Video anschauen Und selber spielen Das hab ich auch Als ich so die erste Let's Plays gemacht hab Hab ich das auch bemerkt Es ist schon Ein deutlicher Unterschied Let's Plays anzuschauen Und einen zu machen Boah Was war das Was war das Was war das Was war das Oh so ne Scheiß Salve Fisch Na komm Bau ich mir Erstmal mein Haus fertig Das ist ja auch noch nicht fertig So hier Oh toll Da hätte ich vielleicht Feuer bauen sollen Bevor ich auf Erkundungstour gehe Was ist denn da jetzt los Heute ist auch Grat Was ist da Ging noch drin Ne Grat Ist irgendwas Komisch So 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 Und grad mal Hier 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 Und hier Und wo jetzt Alter Maus Maus Schlafen Hoffentlich spawnt da jetzt kein Creeper Mit allem anderen werde ich wahrscheinlich so noch ganz knapp fertig Ah Passt doch So Ist da was Da hinten brennt ein Zombie Aber hier scheint nix zu sein Gut Aber Ach ich brauch was zu essen Und zwar dringend Boah ey Die Zähne Komm den Rest kann ich auch mit den Steinziegeln fertigstellen Das hält auch super Also wenn ihr mal Na wenn Hier irgendjemand Der zuschaut mal Ein Haus bauen will Immer dran denken Die Wände aus Erde Und den Rest Dann aus Stein Das ist einfach Oh der Timer ist abgelaufen Das heißt unsere Folge ist schon voll Ich Schau einfach mal hier drauf Das sind schon wieder zwei Minuten Also ein Tschüssi Bis zur nächsten Folge